Jetzt haben wir von Anfang an das Ende, Webseite, Stehung, Spannsort, Zusammenarbeit, gibt die Ehrmisse, die Nebenwände, die jetzt zu spätestens anzustellen kommen und ja, bis dahin kommt auch die Abschlussveranstaltung. Entschuldigung. Oh! Es hat kein Wunsch der Teil. Sie sind wirklich die Kluge. Jo, ich kann nicht sagen. Schön. Ja, nun, dann kommt die Römer und Lars zum Ende. Wir danken auch Frau Friede, der sich da war, wo wir sie mit der Kluge präsentieren lassen. Und ich bin auch froh, dass es da durch kann. Entschuldigung, wenn ich so mein Glaube habe. Aber wir wünschen euch mal viel, viel Spaß an den Michi und vor allem viel Spaß an den Postplay, und ich wünsche euch, dass ich sie mit der Kluge präsentieren kann. Und ich wünsche euch, dass ich sie mit der Kluge schnaubleibe. Danke schön.